Kann ich denn hier nirgendwo eine direkte Trainingswoche nehmen? Fertige Woche auswählen. Das sind ja nur die, die ich erstellt habe. Ich nehme mal hier Dröbling rein. Lange Pässe, Abstöße. Stellungsspiel, Schusstechnik. Lange Pässe, Abstöße. Dann nehmen wir hier nochmal einen Dröbling rein. Und hier nochmal und dann ist er... Nein. So. Da hätten wir sehr viel Dröbling diese Woche trainiert. Mal schauen. So. 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 so sieht es eigentlich gut aus auf der bank alles besetzt gibt es nicht gibt es nicht gibt es nicht gibt es nicht leute die haben halt auch gute kicker alle nach dort mit 12,4 what the fuck mein bester ist 10,2 dann die 2348 spieler die mindestens genauso gut sind wie mein bester so einen kader hätte ich auch mal gerne kriege ja gar nichts hin kriege ja gar nichts hin ja 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 gott sei es gedankt jawoll doppel schlag ganz wichtig wie sie das geschafft haben ja punkte zum achten es war ja richtig wichtig dass wir jetzt das spiel gewonnen haben drübblings sind gleich richtig durch die decke gegangen ok da haben wir hier die werte oben die wir brauchen vielleicht mal wieder ein bisschen pressing gegen die bayern ist es scheißegal da können wir pressing üben oder mal wieder gallich geil das hat motion lange nicht mehr gerade gegen die bayern das vielleicht ganz cool ja 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 mit einer kondition 4 brauche ich dann auf die bank setzen den habe ich in watte zu packen und zu wappen dass der sich nicht verletzt zu hoffen besser gesagt ja 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 passt eigentlich wo ich nicht so wirklich zufrieden bin ist hier die position aber der ist ja relativ fit da dürfte eigentlich nur viel anbrennen da muss der halt durchspielen so jetzt solange wir ja nicht komplett unter die räder kommen bin ich zufrieden alter Ja. Solche Chancen müssen wir dann aber ohne. Geht eigentlich. Oh, kommt jetzt, die Konter sind unsere Stärke. So was darfst du dann halt nicht liegen lassen. Ja, 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 ja. Und das meinte ich eben mit nicht komplett unter die Räder kommen. Lange Zeit gut mitgespielt, mitgehalten, was du gesagt hast. Da vielleicht inzwischen Chancen nützen und naja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja.